Ende des Monats sollen die Umbau- und Sanierungsarbeiten am einstigen Eckhaus in der Mannstraße abgeschlossen sein. Der Innenausbau, aber auch die Arbeiten an den Außenanlagen und Stellplätzen liegen in den letzten Zügen. Ab 1. Juli soll das Haus bezogen werden, heißt es von der Wohnungsgesellschaft. Im April vergangenen Jahres waren die Aufgänge 7 bis 13 abgerissen und im Anschluss der Rest des Ensembles modernisiert und mit einem Aufzug versehen worden. Rund 4,8 Millionen Euro wurden investiert.